Hallo, was machen Sachen? Nur kurz bevor es zum eigentlichen Video geht. Dieses Video ist in Kollaboration mit Cats Palace entstanden. Das heißt, dieses Bild habe ich im Auftrag für sie gezeichnet. Ich habe ihr die Originaldatei gegeben, wie ich dieses Bild zeichne, dass ihr ein eigenes Video draus schneidet und ich schneide quasi mein normales Speed Draw daraus. Das heißt quasi im Kartex für euch. Es gibt zwei Versionen von diesem Zeichnung. Einmal das Speed Draw auf meinem Kanal und dann gibt es noch mal ein Video auf ihrem Kanal. Ich habe das Video und ihren Kanal auch für euch in der Videobeschreibung verlinkt und oben in der Infobox. Schaut auch mal vorbei und schaut euch ihre Version des Videos an und fangen wir jetzt an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.